Auf geht's! LOL! Ich dachte grad, ich wär noch weiter zurückgezoomt! Ich dachte grad, ich wär hier und würd da spielen! LOL! Lass mal so spielen, Alter! Ey, Master, was kauf ich mir auf Leblanc? Kargis oder Blasting? Oder Chalice! Chalice! Ja, also Leblanc hat am Anfang richtig überrascht... Ja, kenn ich, kenn ich, kenn ich! Mit was fang ich so TF an? Machine! Die noch nicht! Na, Mimigui ist noch nicht ganz fertig! 17 Sekunden! 15! 13! Was ist denn dann? Dann hab ich keine Frame-Einbrüche mehr! Dann hab ich keine Frame-Einbrüche mehr! Krass! Krass, erzähl mir mehr! Zweimal Q oder? Alles einmal! Ich bin mal unentschlossen mit Leblanc! Das sind alle drei Skills, alle vier Skills, geil! So, keine Einbrüche mehr! Äh, einmal Q, einmal W, einmal E und Q durch Max! Oh, ich hab mir die richtige Karte! Oh, shit! Boah! Alter! Geht mit der falsch! Fett, Mann! Ey, die Fiora bürstet richtig krass! Links! 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 Oh, schade, Master! Guckst du an! Was?! Alter, wie die rumlacken, Mann! Nein, sehr schön! Oh, schade! Egal! Aha, Master! Wir brauchen, wir brauchen das Late Game! Wir brauchen die Upgrades für die Skills! Schade! Alter! Was ist denn, wenn ich hier eigentlich durch... Okay! Hat sich geklärt! Was ist denn, wenn ich hier mit? Ich mag Erbin, ich glaube, ich tausche die mit dem nächsten Mom. Alter! Siebel macht auch Schaden! Ja! Siebel macht immer Schaden, ja! Ja! Ah, die haben kaum Stunt, ne! Ja, das ist das Gute! Ja, okay! Die Lissandra halt, ne! Kann ich Stunt mit der? Ultim! Ja! Und Festhalten mit der wem! Na, Festhalten ist ja unnötig! Braucht man ja nicht! Braucht man nicht! Braucht man nicht! Ich hab eher ein Leben als Mana-Probleme! So, ein kleines bisschen! Habe ich irgendwie nie! Naja, du spielst ja auch nicht gegen so'n fucking Burster-Team, Alter! Den Fiora zieht mir 400 mit ihrem Scheiß! Vielleicht bin ich so aggressiv! Vielleicht liegt's auch daran, dass er Master Yi ist! Naja, ich mein' egal! Nein, 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 nein! Auch mit, äh, LeBlanc! Ja, ich mein' egal! Harry mit Träne! What the fck, man? Ja. Was, Alter! Gott, du. Ah, da, jemand. Ah, Master Caracters. Alta! Habt ihr es bald, die kleinen Missgeburten? Das ist ja unglaublich, ey. Ich fühl mich auch hier im Master Kann man nix machen, wa? Leck mich Guckst dir an! Guckst dir an, Mann! Jedes Mal fokust sie mich, die kleine Nutte Achso Moment, der W-Stunt doch gar nicht, oder? Weiß ja nicht, du hast die Sandler gespielt Ja, ich weiß, aber das steht nur festhalten Also... Das ist lächert Holy shit, Mann! Warte, ich regel das jetzt Nein, Master Okay, danke schön Alter Du bist so arm Ich schreib das jetzt auf, ich schreib das jetzt auf, Velak Wir haben jetzt ne Liste Mau Guck mal, ich ne Liste Für meine Notizen Ja Alter Quadra kill, wenn ich Level 6 wär, Mann Notizen, hier Nice Einen Lack hatten wir schonmal Einfach n Q einkillen Warum n Q? Keine Ahnung Warum machst du nicht einfach so n Strich, so n I? Weil ich n I n I mach Ich hasse Lacka Was die Kate sich kauft? Holy shit Kauft die sich so n... Ah ok, die kauft sich so n... Detektiv, oder? Ah ja Geh weg von mir, Crazy Kannst selbst tanken Kannst selbst tanken Warum auch immer Krass, der, dieser Kuh-Schaden von... Ah stimmt, sie muss auch mal wieder gelackt Stimmt Punkt machen, oder Strich oder Q? Hab ich schon Was, da muss uns mal ein bisschen carry'n hier Nein, nicht die Q für die Minutes benutzen Wollte auf die Sea-Wirf springen Naja, wenn die so lacken, dann lieber warten, bis... Bis wir hier am Tower was bleiben Siehste, da wär was gewählt Ah ja, das ist so lacky, Mann So dämlich lame So dämlich lame Das ist meine Ulti weg gewesen Ach fuck, Mann Oh, du Armer Guckst ihr, wie sie weglackt? Na gut, das ist ja nicht wirklich lacken zu bezeichnen Einfach nur Ach, Scheiße Ja Ey, sie Traps, Mann Haben wir keine Spiegelbilder? Schade Ja, ja More Hitboxes, please Du musst warten, bis die Minutes alle weg sind Denkt nicht Gut Gut, gut Gut, gut Ulti Aber Schade, Alter Wir können sie so einfach töten Einen Millimeter Einen Millimeter Was? Nimm mal Ja, ihr müsstest halt einen Down hauen Und dann kann ich reinrennen Dann mach ich Pantor, easy Trink nix Deine Karte hat nochmal korrekt getroffen Jetzt gleich gehe ich rein Ich hab dir die Dings noch angehauen Guckst dir an, wie sie lacken Wie sie lacken Gleich zwei Das gibt, das gibt drei Darf der für schon vier auf? Ich hätte gerade vom Master getötet Oder auch nicht Eins, zwei, drei, vier Vier, fünf, sechs So Achso, ich krieg Tower-Ago, natürlich Ich glaub, mit dir hol ich mir die Magic-Pen-Boots Was? Auslandsweise, Master Wie hat die bitte überlebt? Barrier wahrscheinlich Ja Einmal darfst du wieder Nein Nein What the fuck Ich wollte tanken Und Dark Ich hab schon ganze 220 auf meiner Mana Die Lysandra, Mann Da ist jemand links drin im Gras Die Fiora Mal nachgucken Ich weiß, dass sie da drin ist Wow Wow Komm mir die scheiß Trap auslöfen Das ist die bescheuert, Alter Good Job Ja, du auch So, wenn ich den kille, das noch wird, egal Vorsicht Fiora, ist nach links drin Ah, guck dir mal ein, wie sie langen Ey, ist heute der fucking Luck Day? Ist heute der fucking Luck Day, oder was? Eins Der immer Zwei Ich bin tot Aua Kann ich jemandieren? Ja, schade Egal Wie sie ist Oh, hattest du deine Ulti ready? Nein, hab ich nicht Ah, schade Wie ist die Lucken? Die hab ich ja für neun Sekunden wieder ready Oh mein Gott Bist du bescheuert? Wow Dieser Ali ist da Ja, du bist zu blöd zum Dodgen, oder was? Oh, jetzt gefängt den Tor down Wow, ich hab meine Ulti nicht drauf gemacht So lächerlich, wie die Lacken, ey Du musst dir den Q aufschreiben Ja Ich mach mal 1000 Oh mein Gott Oh 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 Was? Ich habe ein Double-Hur. Hä? Okay. Boah, ich will jetzt schon wieder, eigentlich, ne? Kann ich verstehen. Danke. Ich zieh! Nice! Schade. Mach die Binance! Oh, fuck! Auf den... Na, schön. Na, Krissi, nicht zu gut. Die werden... Du bist nur AD, ne? Warum ist die unbesiegbar? Weil sie in dieser Ulti-Form war. Das ist ein Scherz, oder? Der hat dich... Der hat dich ignited. Der hat dich ignited. Die ist unsichtbar, wenn die, äh, unbesiegbar, wenn die in ihr Ulti geht, really? Ja. Für 1,5 Sekunden. Scherz, oder? Frei. Hier, Knopf, Vorsicht! Hinter dir ist noch was. Es ist wieder so ein Laser-Lys! Ich bin tot, oder? Ich bin tot. Uff. Der hat gut Schaden, ja. Weg, weg, weg! Lame, Mann! Was macht dieser Ali-Star? Irgendwie bräuchten wir mal einen guten Tank, aber der Ali-Star hat nichts drauf. Na, das hätte ich später auch weg meditaten können. Du brauchst mehr, äh, mehr Alive-Master. Viel? Zu wenig. Ja, aber ich brauch auch Damage. Sonst hab ich immer das Problem, wenn ich... Ne, brauchst du nicht. Du kannst Damage über Zeit machen. Passt dann auch irgendwann. Ja, aber sonst hab ich immer das Problem, ich mach gar kein Damage, wenn ich mir etwas Tanky gekauft hab. Und wieder gelackt. Kuh! Schreib'n Kuh auf. Lass mich zum Recken mal die... ...Millions... ...hier. Heiß. Ach, die macht nur 500 pro Griff. Sehr wenig. Können wir aber irgendwie die AD-Carriers rausfokusen. Ey, ich kann schlecht entscheiden, wo mein Crew hingeht. Master, Ulti, go! Oh, Outdoor! Hätte sie doch! Ich hätte... Man, damit musst du rechnen, dass sie Buried hat. Und die müssen wir mal hin, Master. Ey, komm, die hatte nur noch 10 Leben, Mann. Ne, hättest du geoutetet. Hättest du so ne gute Kammer. Warum muss man Leben als sie? Ja. Also du kannst ja keine Spells machen, Alter. Hehe, ja, mein Glück, ey. Hört ihr den. Und warum... Da zahl... Oh mein Gott, ich bin in den Chap reingelaufen. Oh, ne... Ulti nicht ab. Ich hab meine Ulti nicht ab. Ist egal, cool einfach. Good Job. Da hinten. Okay, nice. Ah, läuft. Da wollte ich... Zwei Stück? Es ist abartig, wie die Dinger erlacken. Es ist abartig. Pass, oder? Unglaublich, Mann. Bei dem neuen Mad, Alter. Alter! Nice. Hier auf den... Easy, Alter. Macht ja gar keinen Schaden, die Olle. Meditate! Wollte er eigentlich erst weg, aber wenn man jetzt auch noch im Flug getroffen werden kann... Natürlich. Vorher auch schon. Angelico? Tadiv! Was sind Sie? Was ist denn das Ding? Dieser Alista, er hat den Dings nicht angegriffen, den fucking Eni! Und er ist tot. Ja, warum sollte man sich das Healing nehmen? Unnötig. Soll ich durchre... Ah, ne, 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 kriege ich nicht. Ne. Kriegst du schon, aber bringt nicht. Und wieder! Scherz, oder? Nice! Nice! Na, ist egal, das zieht gut. Oh, du belebst noch? Yep! Sehr schön! Ich glaube, wir sollten alle mal ster... Lass mal exekuten, alle. Ah, ne, es geht mal nicht. Kann mich healen. Ja! Lass den erstmal den Dings nehmen. Ne. Okay, sorry. Boah, mein Stank-Karte kann ich auch. Egal! Ah, Tickle-Mana. Ist egal, das wollt ihr eh kaufen. Irgendwie mal. Yo, hab meine 3 Items, soll mein letztes. Ich hab kaum was, Mann. Sie machen so viel Damage. Na ja, sonst hätten wir keinen Update, du Bob. Ja. Tickle-Mana. Tickle-Mana. Ach, das war der... Lame 10 Sekunden Coulomb davon, ne? Im Blick mit. Brooke, die Gott. Die Catelyn? Ach du Scheiße. Die Catelyn müssen wir rausholen und dann die Fiora. Nice, oh da steht noch Al לכ. Hymanannannannannannannannann. Nobody knows umut. Ich glaube, ihr müsst glauben, ihre Hauptstattering wird. Wir wollen schnell, mach eine. Linker Tower, Therass. E an, Master. Hab ich. Master macht den E-Witz an. Hab ich. Master kann es den E an machen. Das können wir heute noch nicht beenden. Ey, die Kälte... Ey, die Zibia ist schwul. Die Kälte wird's end. Ihr nehm. Puh. Acht Sekunden Ulti. Keiner Mana kostet mehr OP. Oh, Master, du stehst stark. Der steht dumm da. Nein, nicht durchpushen. Wir müssen auf die AD-Carries. Ich versteh's nicht, auf die AD-Carries. Ich hab die ganze Zeit drei hinten weggetankt. Na, ist es lost. Jetzt pushen die alle komplett durch. Wow. Nein, die Zibia war. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder durchpushen. 15 Sekunden bis sie. Lass mich mal die Heal-Dinger, bitte. Ich hab kaum noch labgen. Durchpushen. Sch$eiß auf die minions. go go wir schaffen das soll sie mich ruhig angreifen auf den schweig angreifen